Barbara Clementine Harris war die erste Frau, die in der anglikanischen Gemeinschaft zur Bischöfin geweiht wurde. Und damit auch die erste Bischöfin einer Kirche, die an apostolische Nachfolge glaubt. Harris ist seit langem in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung tätig und nahm bereits in den 1960er Jahren an den gewaltfreien Protestmärschen. Der Bewegung Teil. In ihrer gesamten wechselreichen beruflichen Biografie zeichnete sie sich immer wieder durch liberale Standpunkte und große Gradlinigkeit aus. Leben als Laie. Harris studierte an der Villanova University, der Abteilung für Urban Theology in Sheffield und an der Pennsylvania Foundation for Pastoral Counseling. Vor ihrer Ordination war Harris als Leiterin des Bereichs Public Relations der SUN Oil Company tätig. Sie war Messdienerin im Gottesdienst, bei dem die ersten Frauen ordiniert wurden in der Episkopal Church am 29. Juli 1974. Leben als Priesterin. Ihr damaliger Gemeindepfarrer bei der Church of the Advocate im Stadtbezirk North Philadelphia, der REV. Paul Washington überzeugte sich, dass Harris ernsthaftes Interesse an einem priesterlichen Leben habe und empfahl sie ihrem Bischof. Lehmann Ogilby von der Episkopal Diozese of Pennsylvania. Ogilby weihte sie als Diakonin 1979 und als Priesterin 1980. Leben als Bischöfin. Am 11. Februar 1989 wurde sie als Weihbischöfin der Episkopal Diozese of Massachusetts durch Edmund Lebruning sowie David Elliot Johnson und Allen Lehmann. Bartlett geweiht. 2003 wurde sie dort pensioniert. Ihre Nachfolgerin als Weihbischöfin ist eine weitere Afroamerikanerin, Gaili Elisabeth Harris. Derzeit dient Barbara Harris als assistierende Bischöfin in der Episkopal Diozese of Washington und als Präsidentin der Episkopal Church Publishing Company des Verlags, in dem die Zeitschrift The Witness erscheint. Werke Barbara C. Harris 2003 Parting Words A Farewell Discourse Cowley Publications Boston ISBN 1.561.012.173 Barbara C. Harris 1993 Beyond Power Shift Theological Questions in a Changing World Westminster College ISBN 0-0-0-6-PCK 34 30.